Also meine Damen und Herren, zur vollen Stunde, wie immer schalten wir bitte schnell über zum Wetterkorn-Bürspondent, dem Obi Oberholzer. Hallo! Gehört ihr mich? Hallo! Herr Oberholzer, können Sie mich hören? Aussen dein Studio! Hallo! Hutsche dich, Herr Oberholzer! Ja, also offenbar ist da eine schlechte Verbindung. Wir versuchen es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal und entschuldigen uns herzlichst.